Höhen über außen Das habe ich auch selten gesehen Das habe ich mal ganz selten gesehen, dass der Schiedsrichter bei diesem Camper-Trick im Weg steht Das habe ich jetzt so ehrlich gesagt glaube ich noch nie gesehen Und das ist jetzt extrem fair von Magdeburg, das finde ich klasse Den Ball zum Gegner zurück zu spielen, ja das fällt leicht wenn du 10 Tore Vorsprung hast Aber auf der anderen Seite glaube ich die Magdeburger hätten die Kugel eh zurückgegeben Nach dieser Slapstick Nummer des Schiedsrichters